Auf meine musikalischen Gäste freue ich mich heute ganz besonders. Es ist ein Wiedersehen, es ist ein Wiedersehen mit Jan Pascal und Alexander Kilian, alias Café del Mundo. Und das sind Flamenco-Klänge, die wirklich ganz besonders sind. Und ich sage Ihnen, was die beeindrucken, nicht nur mich, Sir Paul McCartney hat erst kürzlich bei Ihnen im Studio vorbeigeschaut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist das nicht schön, Café del Mundo bei uns? Da muss ich mich gleich hinsetzen. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen für die Einheit. Hallo. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, das finde ich auch. Du musst mir bitte deine Finger geben, Alexander. Ja, gerne. Es ist alles ganz weich. Man glaubt es nicht. Ja. Aber du machst es mit den Nägeln, gell? Ja, genau. Mit den Nägeln, ja. Lian, schön auch dich zu sehen. Ich freue mich sehr. Und ich habe schon angesprochen, Paul McCartney, bitte. Sag mal, wo wart ihr und was war, warum? Wie war das? Ja, wir hatten eine super spannende Zeit. Wir waren in London in den Abbey Road Studios. Echt? Und haben ein Album aufgenommen mit dem Royal Philharmonic Orchestra London. Unglaublich. Am zweiten Tag kam er dann rein. Es war dann der Montag und dann hieß es plötzlich über die Kopfhörer Sir Paul McCartney in the room. Und er kam mit seinem Sohn, hatte im anderen Studio was zu tun und dachte, er zeigt ihm mal, wie da Orchesteraufnahmen hergestellt werden. Wow. Das heißt, ihr habt es gar nicht gewusst, das war auch nicht angesagt, dieses Treffen oder dieser Termin. Er hat da immer Zugang, er hat da immer in alle Räume, er ist quasi dieses Studio. Und die 76 Musiker des Orchesters, als die Durchsage kamen, Paul McCartney ist da, uh. Wow. Und haben so ein kurzes Hallo oder ihr auch kurz geplaudert mit ihm oder wie war das? Naja, mit unserem Tonmeister und mit den Journalisten, die dabei waren, gab es natürlich schon. Ja, Wahnsinn. War das Album, das Album ist fertig, habt ihr schon fertig produziert? Auch schon erhältlich? Gibt es auch schon erhältlich. Na hallo, hallo. Good to know. Auf Vinyl. Auf Vinyl. In Vinyl oder in unserer Mundo App, ja. Sehr schön. Café del Mundo, ein Traum. Schön, euch wieder mal in Österreich zu haben. Gibt es einen Live-Auftritt heute noch? Morgen Abend. Morgen Abend, wo? Heute Abend hören wir selbst Musik, heute Abend gehen wir in den Musikverein. Sehr schön. Da müssen wir einen Mast, ja. Und morgen Abend spielen wir im Reigen, in der Hartiggasse, Reigen Live, legendärer Musikclub. Ja, klar, legendärer Musikclub in Wien. Also alle, die das noch hören wollen, Restkarten sind noch möglich. Ich freue mich sehr bei diesem Besuch. Schönen guten Morgen euch und danke, dass ihr uns verzaubert mit diesen wunderbaren Gitarrenklingen. Café del Mundo.